Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Hallo liebe Vereinsmitglieder, mein Name ist Jürgen Grauberger. Ich bin 48 Jahre jung. Mein Wunsch ist es, das Vereinsleben beim TSV wieder hochleben zu lassen. Als zweiter Vorstand habe ich für euch immer ein offenes Ohr. Danke für euer Vertrauen. Die Abenteuerung ist das analyzant. Ich finde, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich bin 48 Jahre alt.